Warum ist es so dunkel? Warum? 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 Mein Gott. Ich vermisse euch. Ich vermisse euch ganz ehrlich. Ich bin geil einfach nur. Ich bin einfach nur geil. Perfekt. Ich bin einfach nur geil. Ja, ja, ja. Ich küsse euch. Okay, wir kommen zu meinem neuen Video. Ich habe so eine App gefunden. Die ist super geil. Da kann man einfach solche Sticks drauf machen. Wie zum Beispiel das da. Das ist einfach so geil. Wie geht das? Warte, ich muss kurz die Türe zumachen. Ich habe, ich sage es euch, in einem Tag fünf Abonnenten. Wie geil ist denn das denn? Einfach nur so geil. Ja, ja. Du lieben uns. Yes. Ich nehme keinen Arm. Nice. Das ist so geil. Du bist so ein Opfer. Also, ich habe fünf Abonnenten in einem Tag. Das ist geil. Schön. Deine hast du nicht in einem Tag. In einem Tag. Du bist ein Opfer. Doch, ich habe es in einem Tag. Ich habe es einfach. Könnt ihr gerne im Darmtum stehen? Nice. 10.000 Likes, weil ich es so reingeplatzt bin. Ja. Genau. Genau. 10.000 Likes, weil das so reingeplatzt ist. So ein Arschgesicht. Also, okay. Was ist das? Hä? Was ist das? Oh mein Gott. Ich liebe euch. 5 Abonnenten. 5. 5. 5 Abonnenten. 5. 5 Abonnenten. Warum sieht man mich nicht? Wenn ich... So Leute. 5 Abonnenten. Ich danke euch. Und einer hat im Kommentar geschrieben. Ich soll ein Challenge mit jemand machen. Ich kann mal mit meinem großen Bruder. Wenn er Bock hat drauf. Ja. Ja, dann sehen wir uns. Aber ich mach nachher noch ein Video. Aber, ja. Dann tschau. Fuck.